Willkommen zum heutigen Podcast. Heute reden wir über ein ganz, ganz spezielles Thema, das haben wir noch nie gehabt in unserem Podcast, und zwar über Lernende und Schüler und wie die den Weg zu einer neuen Lehrstelle finden und vielleicht dann auch in einem Beruf. Wir haben hier dazu Patrick Krapow im Gespräch. Er ist Experte für Lernstrategien für Lernende und Schüler und macht Bewerbungshilfe für Schüler, um eine Lehrstelle zu finden. Bevor wir aber da einsteigen, hören wir uns das Intro, bleib noch dran, bis nachher. Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von Careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach diesen Podcast. Willkommen zurück zu dieser Folge Podcast und zwar geht es bei uns heute um Lernstrategie für Lernende und Schüler und Bewerbungshilfe für Schüler, dass sie endlich eine Lehrstelle finden. Wir reden aber auch über das Thema Hemmschwelle, der KMUs und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich muss da gar nicht zu tief reingehen. Patrick, es freut mich sehr. Patrick Kraupo, Experte für das Thema. Finde ich mega cool, dass du heute da bist. Danke für deine Zeit heute und willkommen beim Podcast. Guten Morgen Daniel, danke vielmals für die Zeit und für die Einladung. Patrick, du bist Inhaber von Brainy. Brainy ist was ganz genau? Ja genau, Brainy ist eigentlich ein Familienunternehmen, das wir vor eineinhalb Jahren gegründet haben. Mit dem Ziel Lernen, Lernen und zwar bereits an der Basis in der Grundschule mit dem Endziel, dass man gestärkt in die Berufsschule oder in die Weiterbildung gehen kann später. Okay, was ist denn so schwierig am Lernen, Lernen? Muss man das vom Externen Lernen, das Lernen, oder kann man das selber lernen? Ja, wir sind in einem sogenannten Erfolgs-Lern-Kreis. Das ist abhängig von der Basis, das ist die eigene Motivation. Dort kann ich noch eine fremde Motivation rein spielen lassen. Das wird viel unterschätzt. Das braucht eine Organisation, also möchte ich meinen Tag gestalten, mein Lernen gestalten und so weiter. Dann brauche ich eine Fähigkeit, mich zu konzentrieren zu können. Es ist nicht immer einfach, von der Schule nach Hause zu kommen, vielleicht mit Eindrücken, von der Pause, vom Schulweg, von den Noten, die man zurückkriegt hat. Dann muss ich nach Hause gehen, habe eine Familie, viel zu erzählen zu Hause und muss dann nachher wieder lernen. Also eine ganze Konzentration, das ist nachher in der Weiterbildung genau gleich, wenn man vielleicht eine junge Familie hat, vielleicht auf der Karriereleiter die erste Stufe macht, dass man das alles unter einen Hut bringt. Und der Abschluss ist dann eigentlich noch, dass ich überhaupt weiss, wie ich lernen kann, also Lerntechniken anwenden, oder wir sagen eben auch viel Lernwerkzeuge anwenden, dass man halt strategisch denken kann und das alles hineinklangt bringen kann. Die 360-Grad-Sicht oder das vernetzte Denken. Und dann, wenn ich das quasi richtig in den Schwung bringe, dann bin ich auf den Erfolg. Also ich darf mir sagen, dann hast du Erfolg in der Schule. Okay. Ja. Wir steigen nachher nochmal auf das Thema hinein. Ich möchte aber zuerst noch etwas anderes wissen, Patrick. Wie ist auf diese Idee gekommen, das zu machen? Hast du eigene Kinder, die diese Probleme haben? Und darum? Erzähl mal ein bisschen. Ja, mittlerweile habe ich eigene Kinder, sogar vier. Wir haben vier Buben im Alter von neun und siebzehn. Und das ist natürlich schon ein Dauerthema, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund. Da sitzen wir auch am genau gleichen Boden. Es ist nicht so, dass unsere Kinder alle die Überflüger sind in der Schule. Wir haben genau die gleichen Themen zu Hause. Weil zu Hause bin ich Papi und nicht so quasi der Lerncoach, sie würden sie gerne da annehmen. Das heisst, die müssen auch, oder sie dürfen auch zu uns ins Lerncenter kommen und mit unseren Tutoren lernen. Leider aufgekommen ist es eigentlich ein Prozess. Ich war immer im Lehrlingswesen tätig. Oder mich hat das immer sehr interessiert. Ich war schon, als ich selber Lernende war, ich hatte immer eigentlich eine Freude, dass ich sogenannte Unterstifte mitnehmen durfte. Und ich habe auch immer gefördert, dass sie gefordert und gefördert werden. Und das hat sich dann durchgezogen. Ich war dann auch Regionalleiter da, von der Tochtergesellschaft bis WISKUM. Und habe nachher geschaut, dass wir von null Lernende bis zehn Lernende quasi den Schluss mit drei verschiedenen Berufsbildern. Und ich habe immer mit den Lernenden eigentlich am Feierabend gelernt und geschaut, dass sie gestärkt in den Kurs und Prüfungen gehen. Und habe teilweise gemerkt, dass mir das sehr gut gelingt. Und ich habe teilweise hoffnungslose Fälle wirklich zu sehr guten Noten gebracht. Und das Schönste war zum Beispiel, dass an der Diplom für ihre Mutter zu mir gekommen ist und die hat sich berührend bei mir bedankt. Ja, das war ein eindrückliches Erlebnis. Und dann hat mich das einfach so begleitet. Und dann bin irgendein Sven, wie es halt viel noch geht, an einen Schnittpunkt gewesen. Und habe dann auch durch Zufall nicht gefunden, dass ich das am Anfang im Nebenamt und nachher, seit eigentlich kurz vor dem Lockdown, entschieden habe ich, das Ganze auf das Pferd zu setzen. Und wo wir es entschieden haben, haben wir den Schlüssel gedreht und das Lernzentrum wieder zündet. Und dann ist der Lockdown gekommen, das ist März 2019 ungefähr. Jetzt 2020. Ja, Entschuldigung, natürlich nicht März 2020. Natürlich, ich weiss nicht, wieso bin ich noch ein Jahr... Naja, egal. Anderes Thema. Du hast angesprochen, im Vorgespräch auch, dass die heutigen Schüler auch bei dir noch Bewerbungshilfe bekommen. Wie das? Wie hängt das zusammen mit dem Lernen-Lernen und dann Bewerbungshilfe in der Lehrstelle? Ja, es ist vielleicht, wenn es zu uns kommen, dann als Schüler in der Oberstufe ist, dass das vielleicht dann ab der zweiten ist ein Durbrenner, oder? Dass man sagt, ja du, es geht dann halt viel um Zügnis und eigentlich ist immer der Treiber, ja ich muss, ich komme mal zu euch, weil ich ein gutes Zügnis habe, weil das gute Zügnis hilft mir nachher eine gute Lehrstelle finden. Und dort haben wir einfach gemerkt, dass das Setup nicht stimmt, auch das Mindset nicht stimmt. Und dann sind wir so da reinkommen, weil ich halt auch Erfahrung als Führungsperson einfach auf der anderen Seite vom Tisch gesessen, eigentlich Bewerbungsgespräche geführt oder angeleset, habe ich gefunden, da wäre extrem viel Potenzial, weil, ja, wir sehen uns als Schulergänzung und suchen auch viele Partnerschaften mit Schulen. Das Bewerbungsthema ist aber leider extrem veraltet. Also die kommen wirklich mit Setups daher und alle das Gleiche. Wir hätten einfach gemerkt, alle Schüler kommen mit einem genau gleichen Setup zu uns, einfach vielleicht manchmal mit einer anderen Farbgebung, meistens aber mit einem anderen Grauton und haben dann eigentlich einfach so gefunden, nein, das geht nicht. Und durch das heraus haben wir eigentlich einen Kurs entwickelt für das Thema. Und der ist recht gut angekommen. Und jetzt ist es eigentlich ein Teil von unserem, wo dazugehört, dass wir auch den Schülern helfend richtig bewerben. Okay, sehr schön. Ja, ich meine, ich helfe ja auch den Menschen, sich zu bewerben, aber natürlich auf einer ganz anderen Stufe. Wir haben sehr wenige Schüler, oder ich glaube, in dieser Zeit, in der ich das Business habe, ich glaube, ein, zwei Schüler, wo der Vater aber gesagt hat, du, mein Sohn oder meine Tochter braucht Hilfe und dann hat man da eine Bewerbungsunterlage gestellt. Aber es ist natürlich ganz etwas anderes, eine Bewerbung zu schreiben, um eine Lehrstelle zu bekommen, wie wir es dann machen, für einen Leader zum SEO-Posten zu bekommen. Was sind so die Schwierigkeiten? Du hast es schon angesprochen. Vielleicht sehen alle gleich aus, sind alle gleich grau, haben alle das gleiche Format. Was siehst du noch für Probleme? Wenn du jetzt sagst, du optimierst Bewerbungsunterlagen, wie sehen die nachher aus und was ist vorher gewesen? Also das Wichtige ist bei uns immer, sie müssen sie selber machen. Also wir machen nicht so Ghostwriting-mässig, sondern wir tun sie eigentlich coachen und wir klar geben ihnen auch Tipps und Tricks und wir zeigen ihnen auch, wie es cool aussehen könnte. Aber schlussendlich müssen sie dahinter stehen, sie müssen es designen, sie müssen das machen. Man soll immer noch sehen, dass sie Schüler sind. Also es soll nicht so hoch, es soll nicht super professionell daherkommen. Darum machen wir auch, es müssen sie mit ihren eigenen Wort schreiben, das ist extrem wichtig. Aber wir lernen sie vor allem, dass sie sich mit dem Beruf auseinandersetzen, teilen, mit der Firma auseinandersetzen. Also zum Beispiel das Thema Recherche findet praktisch nicht statt, sondern es werden einfach Serienbewerbungen rausgeblasen. Und da sagen wir, nein, du musst weniger, aber viel gezielter. Und dann ist der grösste Hebel ist, dass sie sich auch mit sich selber auseinandersetzen tun und ihre Stärken vor allem. Und das ist nicht das Zeugnis. Sondern wir haben da zum Beispiel eine Mädchen gehabt, die ist ziemlich irritiert, das war im Schwimmen zum Beispiel, oder? Und hat dann auch so Pröve gemacht, wie, wie sagen wir, Lebensrettung und so weiter, im See. Und das ist nirgendwo gestanden. Und das zeigt doch so viel, wenn du das reinfährst, zeigt doch das extrem viel, was du machst, für was du einstehst und so weiter. Und genauso, oder ein anderes Mädchen hat das seit Jahren ein Pfleckpferd, oder? Und dann ist er dann auch an die Kumpen gegangen und hat eine Auszeichnung gekriegt, aber es ist nicht ersichtlich. Sie haben genau solche Sachen fördert mehr, dass sie eigentlich, also, ja, das habe ich von dir, das darf ich sagen, von deinem Buch, dass sie eigentlich eine Erfolgsmappe erstellen. Okay, sehr spannend. Jetzt hast du gerade etwas angesprochen, die Erfolgsmappe, die ich im Buch thematisiere. Du hast das Buch gelesen, Herr Eller, das haben wir im Vorgespräch auch schon gesagt. Hast du es gerade bei dir? Ja, das habe ich da immer. Hast du es immer parat? Das ist da bei mir ganz nah. Für wen kannst du das Buch empfehlen? Ja, ich finde, das ist für jeden, für jeden. Natürlich ausgerichtet ist es für die Erwachsenen, oder? Aber ich habe doch auch das eine oder andere adaptieren können, einfach auch so das Thema Mindset und die eigene Person in den Vordergrund stellen. Okay. Also, danke für das Feedback. Jeder, der das Buch bestellen will, ist kostenlos auf careerbooster.ch. Du zahlst nur Versandkosten, so in dem Sinn. Gut, jetzt haben wir auch noch eine kurze Werbung gemacht für mein Buch. Danke für den Altbatsch. Sehr schön, ja. Was mich noch interessieren würde, oder du hast am Anfang ganz kurz angesprochen Lernstrategien. Der Schüler kommt heim, oder die Schülerin kommt heim, hat viele Einflüsse in der Schule, von Kollegen auf dem Arbeitsweg, also auf dem Schulweg, nicht auf dem Arbeitsweg, auf dem Schulweg, dann noch mit den Eltern, Thema da, Thema das, dies und jenes. Wie komme ich jetzt als Schülerin oder Schüler wieder in die Konzentrationsphase und wie schaffe ich es, gezielt zu lernen? Ja, das ist jeder so ein bisschen anders, oder? Der eine kommt heim und will die Aufgaben machen, und das ist ja der Wunsch von allen Eltern, oder? Also sprich, komm heim, essen, Ferien und dann aber die Hausaufgaben machen, dann hast du es erlebt, aber es gibt halt auch den anderen Lerntyp, der noch mehr Zeit braucht, der die Tatsache am besten aufnimmt, nach dem Nachtessen und so weiter. Wir schauen auch immer, wir analysieren auch wo ist deine Leistungskurve, dass man wirklich kann dort lernen, wo man eigentlich am aufnahmefähigsten ist. Dann spielt eine grosse Rolle die Lernumgebung, man muss nicht immer lernen, nur am Tisch, also es gibt ganz viele Sachen, wo ich auch eine andere Lernumgebung, vor allem im Sommer, eine andere Lernumgebung kann, z.B. Wörtchen lernen, muss ich nicht zu Hause am Tisch sitzen, sondern es kann jetzt hier die Sachen auch im Garten, ich kann weglaufen, wir sagen auch, gehe doch spazieren, z.B., ich gehe doch gerade verbinden, gehe mit dem Hund laufen und sitze auf einem Banker und lerne dort 20 Minuten, eine halbe Stunde deine Wörter, auch und so weiter. Das Thema Lerngruppe ist bei uns immer das Thema und dann halt sicher lernen, eigene Ziele setzen, und zwar messbare Ziele und dass sie auch erreichbar sind. Darum, wenn wir sagen, Erfolg in der Schule, das ist dein Erfolg. Ich bringe viele die gleichen Beispiele, mein Gymischüler, der hat das Wasser da, habe ich gesagt, wenn ich jetzt nicht auf einen Dreher komme, im Zeugnis, dann spicke, weil dann habe ich den Notenschnitt nicht mehr. Also dann ist unser Ziel, es war dort der Dreher von einem Zweier auf einen Dreher gekommen, und das heisst, ihm sein Erfolg war der Dreher und wir sind im Schluss sogar auf einem Viererhalber gewesen. Aber das Zwischenziel war der Dreher und wir haben das auch gefunden, das heisst, es war ein Erfolg also nicht an der Noten gemessen, sondern es kann nicht jeder überall ein Genie sein und den muss man auch akzeptieren und vor allem die Kinder müssen auch akzeptieren, weil es hat eine Auswirkung auf die Berufswahl und zwar auf die begeisternde Berufswahl. Man muss nicht dem Informatiker nachhecheln, wenn ich in Mathe nicht sehr gut bin, aber wenn ich ein kreativer Typ bin oder die Sprache mir extra gut legge, dann habe ich ganz, ganz viele andere Superoptionen, wo vielleicht Mathematik nicht so wichtig ist. Ja, Ist dann aber nicht unser Schulsystem kontraproduktiv? Ja, eigentlich bin ich Fan vom Schulsystem und rein aus dem Grund, weil wir ein extrem hohes Niveau haben, weltweit. Wir sind natürlich in der Champions League zu Hause und das ist dann ja immer auf hohem Niveau. Darum unterstützen wir das eigentlich auch im Grundsatz, dass wir einfach dankbar sind, so eine Bildung zu geniessen. Aber ja, wir finden es auch nicht, wir sehen halt auch, dass es halt immer, wenn wir sagen, was findest du denn gut? Dann kannst du dir einmal raten, welche Note das denn genannt wird. Das ist halt immer der Fiefer. Oder umgekehrt sagen wir auch Lernende. Ja, weisst du, da bin ich genügend, da ist ja viel erlangt. Und das ist einfach so, die Abstufung ist immer auf die Schulnote abgestimmt. Und dort ist wirklich Tatsache, wenig Kreativität und auch wenige Innovationen. Aber wo muss man halt Leitblanken setzen, weil mittlerweile ist es halt auch für den Lehrern recht schwer. Er hat von Kindern mit Migrationshintergrund, also noch in der Oberstufe gibt es teilweise Schüler, die nicht Deutsch kommen, also die zu uns kommen und nicht Deutsch kommen. ist in der gleichen Klasse, obwohl wir Niveaustufen haben, wie der Superbrain, der direkt ins Gymnasium kann. Und der Spagat ist nicht einfach. Darum sehen wir ja uns, würden wir uns viel mehr sehen als Partner der Schule. Aber die Institutionen, sei es Schulen oder auch Verbände, sollten sich meiner Meinung noch viel mehr öffnen und vor allem viel mehr vernetzen. Das sehen wir auf LinkedIn. Wenn ich so zehn Anfragen mache, dann kriege ich neun Zusagen. Aber wenn ich zehn Anfragen mache, zum Beispiel an den Schulleiter, dann kriege ich vielleicht drei Zusagen. Das ist einfach noch nicht so. Was hat damit zu tun, dass die Person noch nicht so digital unterwegs ist? Ja, gestern habe ich ein Interview im Radio irgendwo gehört und ich habe mich dann auch ein bisschen aufgeregt. Das habe ich dann auch gut gemacht. Das war das Thema, man will ja jetzt unbedingt die Schule nach der Weihnachtsferie unbedingt, dass es weitergeht. Und wir finden das eigentlich ja gut. Das ist super. Aber zur Begründung, weil man hat extrem schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Fernunterricht während dem Lockdown. Und das finde ich schon extrem schade, dass man immer Gründe sucht, und das spüren wir wirklich extrem viel, man sucht immer Gründe um etwas nicht zu machen oder warum etwas nicht gut ist. Und statt jetzt die Zeit genützt haben, wir haben es selber erlebt, wir sind zu kalten Wasser geschmissen worden, wir hatten nachher vier Kinder zu Hause und es war nicht immer einfach. Aber das Schlimme war, dass alle ein anderes Setup hatten, also ein anderes Vorgehen rein vom Lehrer gesteuert. Und der hat es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber man hat die Lehrer meiner Meinung nach allein gelassen. Man hat sich nachher aufgeregt, Älteren und wer sind böse auf den Lehrern. Und jetzt nach dem Lockdown finde ich wirklich hat man es verpasst um die Schulen auszustatten und vor allem die Lehrerschule. Das ist extrem schade. Du meinst auf die digitalen Ebenen Schulen dass man Online Unterricht und Fernunterricht richtig und spannend gestalten kann? Ja jetzt muss das Thema hybrid verankert werden. Es muss möglich sein dass ich zehn Schüler vor mir habe und vier Schüler zu Hause und den Unterricht auch so gestalten. Ich habe auch einen Lehrgang wo ich so unterrichte. Es ist eine andere Form aber es geht sehr gut. Und vor allem jetzt muss man an die Lehre ausgebildet werden und das analoge Frontunterricht muss jetzt oft gebrochen werden und das vernetzte Denken das wir fördern sei es im Unterricht aber auch mit den Medien muss jetzt der Lehrgang angepasst werden an der PH oder? Jetzt gehen wir schon fast in Digitalisierung in die Schulsystem Change und Prozess Veränderung ich möchte aber vorher bevor wir hier steigen weil das ist eigentlich heute nicht unbedingt das Thema möchte ich noch schnell zurückgehen du hast mir im Vorgespräch gesagt du bist beziehungsweise du unterstützt auch Schüler beim Onboarding für eine Schnupperlehr oder in eine Lehrstelle ist das heute anders als früher ich kann mich noch erinnern ich habe mich bei 5-6 Firmen beworben bei 300 Zusagen bekommen gerade vor Weihnachten also gerade um diese Zeit und ich glaube am 24 Morgen habe ich damals Zusagen bekommen telefonisch von der SBB und die gesagt das nehme ich und ja super ich komme Thema erledigt ist das heute anders Patrick ja das ist anders mir ist ähnlich gegangen wie dir ich bin ins Nachbardorf durch geklopft habe ich Schnupperlehr machen und dann habe ich noch gute Fallen gemacht und dann hat es kein Ermelde mich gestrichen das Telefon gekriegt wenn du möchtest die Lehrstelle später bin mit Eltern im Büro gehockt und habe den Lehrvertrag unterschrieben dann habe ich am ersten Tag angefangen und merkt das will die nicht Kleinstunternehmen die Lehre gemacht mit einem mit getrocknet aber nachher habe ich im vierten Lehrjahr zum Lehrmeister hinein gesessen wo es darum ging jetzt wollen wir die Teste abfrögel das hätte Jahresende Gespräche gehabt Semester Gespräche usw das hat natürlich alles nicht gegeben das hat sich extrem geändert aber es ist natürlich das haben auch die Mitarbeiter nicht gehabt also das Thema war das mache ich mit dem Lernenden nicht das haben die Mitarbeiter nicht gehabt und heute hat sich das natürlich extrem verändert teilweise muss man natürlich als Ausbildungsbetrieb auch viel mehr Administration machen also Verband melden Anmeldung usw. Das hat sich schon extrem verändert aber auch natürlich das Mindset der heutige Generation ist anders oder da bin ich steinzeitmässig unterwegs und ich war 20 Jahre in der Telekombranche und habe nicht das Gefühl ich bin so verstaubt mit den Sachen sehr sehr mit dem ständigen Prozess Wandel usw. und Veränderungen hat mir immer extrem gut gefallen und die heutige Jugend geht ganz anders an das Thema her die suchen nicht Firmen sondern die suchen eigentlich eine Tätigkeit die zu ihnen passt zum Beispiel ich habe ein Beispiel neben unserem ältesten der erste in der Familie nach mir und meiner Frau der hat seine Lehrstelle ausgewählt er ist jetzt Kälteplaner er hat noch die Aufnahmeprüfung gemacht für die Mittelschule hat sich aber entschieden für eine Lehr rein aus dem Grund eigenes Geld verdienen usw. und er ist kein Sommerkind sondern Winterkind er hat gesagt ich will nicht Sommerferien ich will Winterferien haben und dann hat ihm die Firma gesagt wir haben den Sommerbetrieb wir sind super froh du gehst noch wenige Ferien im Winter kannst du gehen und vor allem hat er extrem cool gefunden dass er zum bspiel weil er ich weiss nicht wie viele Ski-Tage er verbringt er es extrem cool gefunden dass er zum bspiel mhnt ich sagen hey am freitag am wochen wetter kann ich freitag frei haben das hätte ich nie getraut so etwas zu fragen never nie du redest so work-life balance oder genau das ist es und sie suchen nach dem dass es passt und vor allem sie wollen im Arbeitsprozess involviert sein es gibt sich heute keinen Schülern zufrieden dass er einfach nur da ist und die dritte und vierte hand spielt die sind weg die facklen nicht mehr so lange wie wir nach vier Wochen bin ich sicher dass das in den nächsten zwei drei Monaten nicht mein Ding ist also ich bin sicher dass ich eine Fehlentscheidung gemacht aber ich bin auch in Lehrabschlussprüfung auf dem Beruf weil bei uns so war im Dorf hat man über mich geredet also im Dorf wäre ich wirklich sie hat mir in einem Dorf der hat die Lehre abgebrochen oder und das ist heute natürlich viel sie suchen eigentlich die Schüler suchen eigentlich etwas was zu ihnen passt und sie und das ist nicht ein Floskel auf Augenhöhe diskutieren wenn mit reden ja was mir auffällt ich habe ab und zu Kontakt zu jungen Menschen was mir auffällt sie sind gegenüber was wir früher waren viel viel erwachsener viel reflektierter und sie schauen extrem darauf was du sagst was für einen Job passt zu meinem Lebensstil und nicht das was ich früher gemacht habe ich fange einfach mal an dass ich einen Job habe in dem Sinn oder wie siehst du das ja es ist genau so also sie sind genau gleich die sind viel weiter als wir oder noch schon das sind 30 Jahre Unterschied aber es ist wirklich rein vom wenn man sie wirklich fördert die sind extrem schnell sie sind extrem schnell oder im Denken mit Denken analysieren und so weiter und sie hemmen sich nicht ihre meinung sagen sie will ihre meinung sagen oder das ist das ist bei uns also für mich war im ersten Lehrjahr nichts zu melden da bist du ich bin jahrelang neben der Leiter gstanden ich bin schraube und dübel und ich bin rauf und abgelaufen ich bin so gewesen also irgendeine Ecke vom Monteur musste nichts studieren weil er meinte da und wenn die hundertmal rauf und laufen ich 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 war hier. Heute sind sie viel schneller. Die Bohrmaschinen, das ist ja handwerklicher Beruf, habe ich gelernt als Elektroinstallateur. Und die Bohrmaschinen durfte ich so richtig bei denen, die das erste Einkommen gemacht haben. Heute sitzt ein Schüler an der Tisch, startet ein CAD-Programm und findet, wo kann ich loslegen. Und macht sich dann schon Gedanken, wie kann ich meine Tastatur selber belegen, dass es mir einfacher geht. Also im Prinzip optimiert er sich selber schon. Das haben wir früher nicht gemacht. Wir haben immer gewartet, bis unser optimiert wurde. Also bis wir optimiert worden sind oder gesagt worden ist, was du zu tun hast. Aber heute ist das anders. Wie siehst du das Thema KMU und die, die Lernende einstellen? Du hast mir gesagt, es gibt eine gewisse Hemmschwelle von Seiten der KMU. Warum und was für sie sind das? Ja, wir tun das, dass wir auch Lehrstellen vermitteln machen. Und ich habe ein recht gutes Netzwerk, auch in verschiedenen Branchen. Das ist natürlich auch ein Durchthema. Und dann sehen wir natürlich, wo das Optimierungspotenzial wäre. Und wir machen auch für KMU quasi ein Lehrstellen-Konzept, Überarbeitung oder idealerweise, wenn zum Beispiel ein KMU sagt, ja, ich würde ja gerne Lernende nehmen, aber ich habe eigentlich keine Zeit oder ich habe gerne die Ressourcen dazu, weil meine Leute nicht ausgebildet sind. Oder es gibt mir zu grossen administrativen Aufwand. Und dort gehen wir eigentlich in eine Partnerschaft und helfen ihnen dazu. Wir können so weit gehen, dass wir eigentlich die ganze Lehrlingsbetreuung übernehmen und sie eigentlich das, was sie am liebsten machen, praktisch ausbilden dürfen. Oder? Und ich bekomme viel so im Gespräch so, ja jetzt die Lernenden, die Schüler von heute können nicht mehr arbeiten. Oder wir kriegen nicht mehr so gute wie früher. Wir kriegen viel weniger Bewerbungen und so weiter. Es will niemand mehr auf den Baugen arbeiten. Es will niemand mehr dreckige Hände bekommen. Und dann ist dann so, ja, du, okay, wenn du willst, können wir mal dein Lehrlingskonzept anschauen, oder? Und dann ist dann eigentlich der nächste Ding, nein, das müssen wir nicht, weil ihr Bild schon seit 30, 40 Jahren erfolgreich Lernende ausbildet. Und dann sind wir so im Schwanzbeisser drin, oder? Oder im Hamsterrad. Und da merke ich, dass es einfach so eine gewisse Hemmschwelle, aber da habe ich ja schon mit anderen darüber geredet, die in der Prozesslandschaft zu Hause sind, oder Mitarbeiterförderung. Sobald es darum geht, eigentlich in den Betrieb hineinschauen, oder sie müssen die Türen öffnen, dann ist einfach eine gewisse Hemmschwelle da. Ja, weil Veränderung immer schwierig ist, und das ist halt wieder Komfortzone. Es bedeutet Arbeit, es bedeutet aber auch Mindset-Change. Ich kann also in dem Fall nur, ich mache jetzt das im Worte von dir sozusagen, oder im Auftrag von dir. Ich habe zwar keinen Auftrag, aber ich mache es trotzdem. Liebe KMU, überdenken euch ein Lehrlingskonzept. Ja? Genau. Und dann vielleicht sucht ihr euch mal Hilfe, um das mal anzuschauen, unverbindlich. Und dann kann euch der Patrick sicher helfen. Frage, Patrick. Wer zahlt das? Ja, ich bin immer mit unserem Vermieter zu sprechen, ob er die Miete erlassen kann, damit ich günstiger wirtschaften kann. Leider habe ich es noch nicht geschafft. Nein, es ist klar, das ganze Lernthema, das zahlen Familien, Eltern. Wir sind aber auch mit dem Kanton, also zum Beispiel für IV, KESP und so weiter. Kinder, die es dann wirklich nicht gut haben, also wo die das Glück haben, dass daheien alles rund läuft, dürfen wir unterstützen. Oder wenn es zum Beispiel darum geht, haben wir jetzt ein paar Lernende, wenn es darum geht, dass sie zum Beispiel EBA zuerst machen und dann eigentlich den Schritt in die EFZ machen möchten. Da werden sie unterstützt. Das finde ich auch richtig, es ist besser so Schüler oder Jugendliche unterstützt, als das nachher in der Arbeitslosigkeit sind oder im Bahnhof, wo wir hängen und so weiter. Also ist das ein sehr gutes investiertes Geld. Dort sind wir beim Kanton, also Partner. Und dann sind es Firmen, die sagen, du bist jetzt Abteilungsleiter und machst Offerte, bist unter Druck, musst Jahreszahlen bringen, musst abrechnen, musst Offerte schreiben. Dann hast du noch ein Team und dann kommt der Chef zu dir und sagt, hey, hör, Daniel, ich habe noch Belohnung für dich. Darfst du am Abend mit dem Lernenden lernen? Oder? Hey! Ja, genau. Oder unter Lernenden sagst du ja, du, super, darfst du mit dem Lernenden lernen, das ist ja eh dein Chef. Auf beiden Seiten ist das nicht das Wunschkonzerte oder die Wunschkonstellation, obwohl sich die vielleicht, also nicht nur vielleicht, obwohl sich die gut mögen, oder? Aber das macht niemand gerne. Man lernt ja auch nicht mit den Eltern. Man lernt ja nicht, um es sonst auch mit den Eltern nicht gerne. Weil die einen sagen eben, man ist sich dem Emotionalen so auch zu nahe. Ja. Und dort haben jetzt Firmen doch viel gefunden, komm, da gibt es ein Angebot und die kommen einfach einmal in der Woche oder zweimal in der Woche zu uns. Wir machen mit ihnen, da gehen die ganzen Schulstofftunen, wir lernen sie lernen, wir tun sie auf Prüfungsvorbereitung vorbereiten, wir machen mit ihnen Lernpläne und so weiter. Und die Firma kann dann uns auch messen an dem, oder? Und vor allem, es belastet diese Ressourcen nicht. Okay. Und wenn, weisst du, ich denke so ein bisschen zurück an meine Zeit, wo ich bei der grossen Telekommunikationsfirma gearbeitet habe, Teamleiter, und habe auch eine Lernende gehabt jedes Jahr. Und wenn ich so zurückdenke, die Schwierigkeit, was du jetzt erzählst, ist genau das. Sie möchten unbedingt mitmachen, wenn sie aber nicht dürfen, auch vom Lehrplan damals vielleicht nicht unbedingt dürfen, oder die Kompetenz noch nicht dürfen, sind sie weniger motiviert. Sie sind aber digital extrem affin, was ich so gesehen habe, und da habe ich schon manchmal gar nicht mehr richtig mitteben können. Wenn sie jetzt in der Lehre sind, in der Lehre sind und dann langsam zu der Lehre rauskommen, was ist dort noch die Challenge? Du hast gesagt Prüfungsvorbereitung, und danach werden sie einfach fallen gelassen im Arbeitsmarkt, oder wie sind dann die Chancen später? Ich sage immer, der Lehrbetrieb lernt ihr euch nicht für euren Betrieb auszubilden, sondern für die Branchen. Aha, okay. Lernende tut man für die Branchen ausbilden. Und wenn das alle machen, und vielleicht auch die kleineren, viel mehr machen, und vor allem die Lernenden viel stärker auf den Markt kommen, dann kriegst du schon mal einen, du gibst einen, du kriegst einen, einer kommt wieder zurück. Ich habe jetzt gerade ein Kollege im Metallbau, nach 15 Jahren, der Mann ist in die Weiterbildung gegangen, der hat die Muss lang geschafft, und kommt jetzt zurück und übernimmt die Funktion vom Abteilungsleiter, vom Werkstattleiter. Also sehr gutes investiertes Geld in die Lehre. Das Schlimmste, was passieren kann, wo wir ab und zu hören, dass eine Firma sagt, ja weisst du was, komm da, ich mache einfach mal bei uns die Lehre, weisst du, du kannst nachher immer noch etwas anderes machen. Wichtig ist, dass du mal eine Lehre hast, und dann finde ich, nein, das ist wirklich Geldverschwendung. Das darf die Branchen, oder wenn jetzt zum Beispiel ein Metzger nach einem Koch werden, dann ist es ja so etwas Branchenverwandt, das ist eine Lebensmittelbranche. Aber das Schlimmste, was passiert ist, wenn ein Bäcker Zahnarzt wird, oder einer, der im Büro arbeitet, dann nachher auf den Strassenbau geht, und so weiter. Wir haben wirklich Respekt vor jedem Beruf, aber dass man dann wirklich die Branchen verlässt. Oder wir haben teilweise Schüler, also Studierende in der HF, die mich in der Pause fragen, hey Pati, was muss ich machen, dass ich mal auf die Bank arbeiten kann. Dann finde ich, das erste Mal, was du machen musst, ist der Lehrgang am Ende. Oder? Weil du setzt sich ja völlig auf das falsche Pferd. Also, was bist du jetzt in einem Lehrgang, für ICT, für Elektro, egal was, oder? Aber du hast im Hinterkopf, du willst ganz etwas anderes, warum machst du eine spezielle Weiterbildung? Ja, das kannst du immer raten, was ihr sagt. Dass ich besser, dass ich im nächsten Jahr nach dem Jahr ein Gespräch sehe, eine Weiterbildung, weil mehr lohnt. Ja. Also, das ist wirklich nicht gut. Und darum ist das Auswahlverfahren so wichtig. Und wir sagen immer, auch der Betrieb schaut nicht nur auf das Zeugnis, sondern schaut, dass die Leute zu euch passt. Und das habe ich zum Beispiel viel gemacht. Ich habe explizit nicht die besten Schüler genommen. Und das kannst du auch ein bisschen steuern, oder? Weil das sind dann deine treuesten Mitarbeiter. Weil die sind dankbar. Das sind genau denen. Ganz ein anderer Fokus, oder? Wenn du Sachen hast, zum Beispiel, die immer wieder wiederholt werden müssen, die wirklich Fleissarbeit ist, ja, dann holst du doch nicht den Lernenden, der einen extremen Karrierendrang hat. Oder? Das holst du, wenn du weisst, mein Abteilungsleiter wird dann einmal pensioniert. Also, in der Lehre kannst du steuern, wie die Karriere ist. Oder? Vor allem, wenn du ein grosser Betrieb bist. Aber wenn ich zum Beispiel viel kann sagen, hey, der Lernende, du musst den behandeln, das ist deine nächste Führungs- und Fachkraft. Der muss einmal an deinem Stuhl sagen. Ich habe meinen Leuten immer gesagt, ihr müsst mich an meinem Stuhl sagen, weil dann bleibe ich auch fit. Ja, ja. Das ist eine gute Metapher. Jetzt hast du aber etwas angesprochen, oder? Fachkräftethema, Fachkräftemangel ist ja so ein Passwort in der Gesellschaft. Wie siehst du das? Du hast mir angeschrieben, du hast Massnahmen gegen das. Wie funktioniert das? So als Abschluss des Gesprächs? Ja, das ist, wenn du dein Lehrlingskonzept in modern gestaltest, setz nicht nur den Beruf in die Wachschale, sondern dein Unternehmen. Zeig Endprodukt. Schau mal einen Videofilm an, und ich will jetzt nicht mehr angreifen, wenn du z.B. Film von Handwerksprüfen, jetzt nehmen wir z.B. Elektriker oder so, oder? Wenn du so Imagefilme siehst, was sie siehst immer? Du siehst immer im Keller, ohne jemanden die Kabel ziehen. Ist das das, was du willst? Wenn du z.B. einen Metallbau, was siehst? Du siehst Funken fliegen, von dem hast du ja Angst. Das muss man zu einem, jedem Kind haben, macht kein Zeichen, dass das brennen kann usw. Wenn du Baustellen siehst, siehst du Betonkübeln, Armierungseisen usw., aber man sieht viel, viel seltenes Endprodukt. Ich finde auch eine Mauerfirma, sie dürfen doch finden, hey, das ist mein Endprodukt, obwohl er nicht verantwortlich ist oder eigentlich für den Anbau verantwortlich ist. Aber das ist ja die Basis, dass nachher ein schönes Haus da steht. Ich will doch Beleuchtung sehen, ich will doch intelligente Wohnen sehen usw. Also da verkauft man sich völlig unter Wert, finde ich. Also das eine ist das Image, dann ist mit Lernende Förderung, wie ein Mitarbeiter, es ist genau das gleiche, also du deinen Lernenden entwickelst und zwar nicht schaue, dass du in der Berufsschule gut wirst, sondern was kann ich noch machen? Also dein Unternehmen eigentlich als die Top-Adresse platzieren, weil dann kommen die Schüler, weil sie in einem Top-Betrieb die Lehre machen wollen, ob denn das Metall oder Gips oder Holz ist, das ist dann nachher die andere Frage, die sie sagen, mit dem komme ich zu schlagen. Aber sie melden sich einmal, weil sie finden, hey, ich habe hier eine super Adresse. Das finde ich übrigens einen sehr schönen Ansatz, um genau solche Prüfe, die im Moment nicht so gewählt werden, vielleicht attraktiver zu machen, wenn man das Endprodukt emotional kommuniziert, also Bildwelten sprechen lässt und eben nicht, wie du sagst, ich weiss, ich bin ja auch Elektromonteur, also Elektromech, und ich war so viel im Hauptbahnhof und im Keller und habe irgendwelche Tablo verdrahtet. So ein Hafenkäse, oder? Aber wenn ich sehe, was danach das Ergebnis ist, dass da die Züge richtig fahren, dass alle Ampeln richtig funktionieren, dass die Leute auch freudig sind, weil der Zug pünktlich kommt, weil ich mein Tablo richtig verdrahtet habe, whatever, sowas ist natürlich viel, viel wertvoller, also wertiger, als einfach nur ein Tablo verdraht irgendwo in einem dunklen Raum, oder? Und ich glaube, das ist sicher ein schöner Ansatz, um den Firmen auch mal aufzuzeigen, oder es ist ein Aufruf für die Firmen, sich aufzuzeigen, dass man solche Prüfe anders kommunizieren kann, in einer Art wirklich ein schönes, ein visuelles Branding für das Endprodukt kommunizieren kann. Patrick, wir sind am Ende. Ich finde, das war eigentlich ein schöner Abschluss. Komm, ich gebe dir das letzte Wort, letzte Satz, letzte Aussage, letzte paar Tipps, whatever, dir überlassen, was willst du auf der Welt, den Lernenden, aber auch den KMUs, die Lernende einstellen, die Schüler und so weiter, noch mitgeben. Ja, ich habe es schon gesagt, also das Wichtigste ist, dass man die Türen öffnet, dass man sich vernetzen tut, dass man in einer Allianz auch denken tut, also vernetzt denken, dass man auch externe Hilfe annimmt und so weiter. Also es ist nicht nur quasi, die Eltern nehmen externe Hilfe an, sondern es ist auch, bei den Unternehmen können noch viel mehr externe Hilfe annehmen. Es ist nicht so, dass man sie belehren will, also will niemand belehren. Es geht noch einmal um eine Fremdsicht zu lassen. Und wir selber wachsen ja auch an dem. Es ist immer im Gespräch, in der Vernetzung funktioniert es eigentlich am besten. Viel mehr auch die Brücke, wir sehen uns als Brückenbauer zwischen Branche und Schule, um die Prüfe, die vielleicht auch noch nicht so bekannt sind, um dort eigentlich einen Mehrwert zu generieren. Also Schulen mit Branchen sich vernetzen, mit Firmen sich vernetzen, das ist eigentlich das A und O. Sehr gut. Wer mehr wissen will, über dich, Patrick Rappo mit zwei P, der kann auf brainy.plus, also brainy mit y.plus gehen. Und ich glaube, alle Informationen wie E-Mail oder was weiss ich, was du euch sagst, Telefon, LinkedIn, Webseiten, alles in den Shownotes unten verlinken. Patrick, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst, über so ein wichtiges Thema zu reden. Das ist unsere Zukunft. Ja, auch wenn wir sie nicht immer so sehen. Aber ich glaube, das ist wichtig. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit, ein ganz gutes neues Jahr und weiterhin viel Erfolg in dem, was du machst. Wertvoll. Das wünsche ich dir auch. Merci vielmals für diese Plattform. Sehr gerne. Und alle, die jetzt zugehört haben oder auf YouTube dann, wenn der Channel online ist, zugeschaut haben, gebt mir doch ein 5-Sterne-Bewertungs-Abo plus was auch immer alles. Da könnt ihr zuschreiben und mir Fragen stellen auf der Webseite careerbooster.ch. Ich freue mich sehr über jegliche Bewertung. Natürlich nur 5 Sterne. Das ist klar. Alles darunter ist nicht in Ordnung. Wir brauchen das, dass wir weitere Podcasts machen können. Ich wünsche euch eine gute Zeit in dieser Corona-Problematik, die wir haben. Viel Gesundheit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, damit wir zukünftig noch mehr spannende Geste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf careerbooster.ch unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.